Hallo, ich heiße Nathalie. Warum möchte ich Türkisch lernen? Eine gute Frage. Ich bin Sprachwissenschaftlerin. Ich lerne gern Sprachen und alles über die Sprachen. Türkisch ist meine siebte Sprache. Meiner Meinung nach ist Türkisch eine sehr schwierige Sprache, aber eine sehr schöne. Türkisch zu lernen macht richtig Spaß. Türkisch ist auch für meine Arbeit wichtig, weil ich manchmal wissenschaftliche Projekte mit türkischsprachigen Kindern habe. Darüber hinaus möchte ich eines Tages nach Türkei reisen, das Land erkunden und dort natürlich türkisch sprechen. Also dann, wir sehen uns!